Yo meine Verrückten und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von mir, wie ihr schon seht, mit dem Real-Life-Aspekt. Oh mein Gott, hier ist eine Hand. Oh mein Gott, what the fuck. Ja, was ich heute mal einmal kurz berichten möchte ist, wir sind gerade auf meinem Twitter-Profil und ja, ich wollte heute eigentlich ein ganz normales Video aufnehmen. Warum jetzt dieser Vlog mit der Kamera, weiß auch keiner so genau. Ich weiß es Leute, ich zeige es euch jetzt mal und zwar gehen wir mal weg von Twitter und gehen mal rüber auf den anderen Bildschirm und zwar steht hier Authentication Service. This service is down. We are doing our very best to resolve the issue as soon as possible und dann auch beim Multiplayer Session Service. This service is down. Natürlich, wahrscheinlich, wie man sehen hier kann, Service-Status, Minecraft.net funktioniert, alles Watcher, alles klar. Also das funktioniert auch super, wunderbar. Wie man sieht hier dann, Mojang-Account-Website funktioniert auch noch. Minecraft-Skins und die Public-API funktioniert auch noch. Ja, wenn wir jetzt mal wieder zurückgehen auf Minecraft, dann machen wir hier mal Minecraft auf. So, dann sehen wir hier schon direkt Play Offline. Ja, sehr gut. Wir können also nur Offline spielen. Und ja, wir haben hier Minecraft schon auf. So, ich zoome mal wieder raus. So, und wenn wir dann jetzt mal ganz genau hier gucken. Hier, gomma-hd.net, lalala, 2300 Spieler. Hm, bisschen komisch, ne? Wenn wir nämlich jetzt mal auf den Server klicken hier. So, zack. Anmelden. Anmeldung, fehlgeschlagen. Die Anmeldung, äh, die Anmeldeserver sind derzeit zur Wartung heruntergefahren. Sehr nice. Ich wollte heute eigentlich ein ganz normales Video bringen. Was ist? Jetzt sind wir natürlich hier gelandet. Und, ähm, ja, es geht nicht mehr weiter. Deswegen, dieses Video, mir fällt nicht mehr viel ein, was ich dazu sagen sollte. Außer das, was ich jetzt schon auf Twitter gepostet habe. Und zwar hier, wie man sieht, auf Twitter. Wenn man eigentlich etwas aufnehmen möchte. Aber die Minecraft-Server down sind. Fuh! Wie man hier sieht, fuh. Einfach nur fuh. Mehr fällt mir doch nicht mehr zu ein. Leute, heute gibt es leider kein normales Video. Tut mir leid. Sorry. Aber die Server geht leider, denke ich mal, auch irgendwie gefühlt nicht mehr online. Weil das ist jetzt ja schon seit 49 Minuten mindestens so. Ähm, wenn nicht sogar, das ist schon noch länger so. Also, das ist schon länger als das, was jetzt hier steht so. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann morgen einfach hier wieder bei einem normalen Video wieder. Ähm, ja. Ich kann jetzt schlecht sagen, gebt ein Like. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like. Ähm, ne, Daumen hoch. Und, ähm, ja. Macht's gut. Bis dann. Und cheerio. Bye, bye. Tschüss. 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 Vielen Dank.